Oh, einmal festhalten. Das könnte so ins Auge gehen. Gut, dann kraxeln wir hoch und haben auch gleich das Katapult. Bestimmt ein paar Widersacher. Mal ganz ehrlich, was bist du hier? Könnte ich das ziehen? Zieh mal. Gibt das was? Achso, Moment, Moment, das hatten wir doch schon mal. Ah. Und fällt rein. Das sind ein paar, ein paar Pfeile auf jeden Fall. So, machen wir einen so schönen Weg nach oben. Zack. Und der letzte. Gut, dann mal ran da. Da ran. Aber das würde ich, glaube ich, nie hinkriegen, so exakt an Pfeilen hochzuklettern. So, zerstören sie das Tor mithilfe des Katapults. Das wollen wir natürlich machen. Also interessant ist, dass hier keine Gegner mehr sind, ne? Schön. Cool. Also. So. Minkt das was? Okay. Dann drehen wir und drehen wir. Wir drehen die ganze Nacht. So. Ich sehe das Tor gar nicht. Keine Ahnung. Ah, da ist das Tor. Überlaub, stimmt. Mal feuern. Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Ob das deren Ernst ist eigentlich? Ging das doch noch alles. Geht das nicht so? Geht das? Bitte, bitte, bitte. Ich bin nicht stark genug. Hassel doch nur unnötig auf. Mann, das ist doch klar, dass wir jetzt hier reingehen. So. Wieder nach rechts drehen. Schön drehen, 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 drehen. Bis wir hier mit dem Steg uns die Brücke schaffen. Dann können wir nämlich einmal schwupp rüberspringen. Können das dann festmachen. So. Und erstmal noch schnell die Kiste öffnen. Weiter. So. Dann können wir nämlich wieder zurück. Und wieder ran. Und dann drehen wir nach links. Bis es auf geht. Oh yeah, baby. Ist das eigentlich, wie kümmere ich dich damit? Diese Feuerartige? Das ist so bestimmt eine Herausforderung, oder? Wir haben voll verfehlt. Richtig schön verfehlt. Okay, nochmal. So. Und jetzt aber. Okay. Das ist eigentlich immer noch kein schöner Treffer, aber es sollte eigentlich reichen. Burn, baby. Burn. Ja, 1x50 nachfeuern. Ihr mich auch. Kack, spiel. So. Ich glaube, das müsste ein Volltreffer sein. Oh. Oh. Der kommt mal weg. Bah. Reicht das? Alter. Alter. Pass durch. Nur noch ein Schuss. Ja. Okay. Die wollen hier auf jeden Fall Ärger mit uns haben. Dann machen wir mal von Weitem über unseren Bogen ein bisschen. Sehr gut. Und ran da. Auf geht's. Das Korfen. Zack. Hallo? Ach, hier. Äh. R. Pfeil. Einmal ranziehen. Huah. Und. Bitte aufspringen. Und bitte festhalten. Dann kommen wir rüber. Duh, duh, duh. So. Ganz vorsichtig. Und hier ran. Okay. Gott sei Dank. So. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik mit den Katapulten. Das finde ich schon recht geil gemacht. Das hätten sie nicht nur an dieser Stelle ins Spiel einbauen können. Wir drehen uns. Wir drehen uns. Okay. Wir trönen euch einfach nur. Ist klar. Durch da. Oh, mein Gott. Yeah. Das war extrem nice. Brechen Sie das Eis vom Getriebe. Ist klar. Ist klar. Weißt du, eben konnten Sie noch schießen. Jetzt ist es vereist. Ist es einfach nur klar. Okay, wir ziehen mal. Okay, wir müssen also irgendwie so ein Gegengewicht auch erzeugen können. Aber wie machen wir das denn? Gucken wir erst mal hier. Alter. Alter. So. Ähm. Ja. 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 Okay, ich hab grad irgendwie was im Hals. So, können wir hochladen. Das ist ja klar. Können wir nicht? Oh, Moment, 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 Moment. Ja, das können wir doch, oder? Ja. Das sollte den Arm ausbalancieren. So, dann einmal so. Und jetzt mal ran. Also einmal wegziehen, damit das Ding runterkommt. Und. Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Moment, ich hab noch eine Idee. Und wir ziehen den mal wieder hier ran. So. Und wir ziehen ihn noch mal ran. Weil. Wie ist nicht wasserdicht? Ich hab mich verarschen. Okay, einmal wieder zurück. Wieso bist du nicht wasserdicht? Was ist das hier eigentlich für so ein Ding? Wieso bist du nicht wasserdicht? Jetzt mal aufheben. Cool. So. Wo ist denn das hübsche Ding? Ihr verarscht mich doch, ne? Ihr verarscht mich doch. Einfach dieses. Eine Ding noch mal ziehen. Okay. Bist du jetzt wasserdicht? Mein Freund? Oh yes. It is. Und nochmal. Ach, ist das schön. Ist das schön. Moment, das muss ich nur nochmal. Dann nur nochmal rüber. Moment, dann machen wir mal den Weg hier. Laufen hier hoch. Dann können wir jetzt so, ja. So können wir rüberspringen. Und jetzt gleich weiter. Hier ran. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ne? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Okay. Das Ding hat zu viel Wasser. Okay. Komm mal. So. So. Das muss ich wieder rechtzeitig zumachen. Oh. Jetzt? Jetzt? Bitte. 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 Ich freue mich gerade richtig. Wir haben es endlich geschafft. Aha, aha, aha. Wir freuen uns. Was machen wir? Bogen schützen. Ich muss sie ausschalten. Ich muss dieses Ding nur ausrichten. Na komm. In your face. Okay, wo schießen sie noch? Da unten schießen sie. Das kriegen wir doch auch. Warte, warte. Jetzt! Feuer! Wir haben sie alle erwischt. Noch die hier hinten. So, aufladen. Und 100 extra Punkte, wenn wir gleichzeitig das Feuer entfachen. Und das tun wir bestimmt. Nein, tun wir nicht. 100 extra Punkte. Wir sind zu schlecht dazu. So, jetzt können wir auch endlich, endlich das Tor da hinten zerstören. Dann wollen wir mal aufladen. Laden, laden, laden. Und dann mit Vollschmackes in das Tor. Oh, der nimmt Anlauf. Der fliegt weit. Und wir treffen. Oh, yeah. Cool, wir haben es geschafft. Okay. Der Weg ist frei. Wir nehmen jetzt den ganzen verdammten langen Weg wieder zurück. Ist hier keine Abkürzung? Zum Beispiel hier mit. Zum Beispiel nach da hin. So. Gibt es die? Gibt es bestimmt, ne? Oh, ist das schön. Es gibt eine Abkürzung. Wir müssen jetzt hier ein bisschen mit Seifeile arbeiten. Aber es ist ja halb so wild. Okay. Einfach mal ran. Mal gucken, was passiert. Schön festhalten. So. Können wir uns hier auch kraxeln. So. Dann nochmal ein Doppelsprung hier hin. Oh. Können die sogar noch plündern. Finden ein bisschen Heilung. Ein bisschen Pfeile. Ein bisschen Punition. Der brennt. Wie auf den. Wir müssen jetzt nicht kommen. Das ist doch tatsächlich so wertvoll. Oh, nein. Es fehlt nicht. Oh. 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 Oh, nein. Oh. Na, kommt schon. Hammer. Hinten sind noch welche. Kriegen wir die so? Yes. Die kriegen wir so, bis auf einen. Den müssen wir von hinten wegsnacken. Hammer. Okay. Damit schlägt es wieder rüber. Hinten wir geschafft. Oh, da unten ist wieder einer. Moment. Wir machen es mal ganz stylistisch. Einfach weg. Einfach Attacke. So, nehmen die letzten Meter zu Fuß. Und scheißen einfach mal auf die Typen. Wir laufen. Wir laufen. Und spring hoch. Komm hoch. Erreichen das Tor. Und sind in der Stadt, Kittisch. Oh, oh, oh. Ja, es geht aber gleich mal ein bisschen weiter. Da fällt der Beschuss. Nein. Nein. Oh, wir müssen bestimmt den Greifhaken benutzen. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Okay, dann nochmal. Attacke. Attacke. Spann. Und alles brennt. Und alles explodiert. Oh Gott, schaff es diesmal. Komm schon, Lala. Ja. Nein. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Alter. Oh. Das wollte ich jetzt nicht gerade. Okay. Müssen wir uns noch ein bisschen mit denen hier auseinanderhalten. Okay. Schön. Scheiße. Scheiße, das war Pech. Okay. Okay. Hier hilft uns unsere Strohflinte. Gott sei Dank gut weiter. Sehr geil. Okay. Die locken wir mal hier zu denen. Yes. Das machen wir auch. So, den machen wir auch mit der Hilfe fertig. Okay, das wurde nichts. Einmal heilen. Strohflinte. Ein Anschlag. Oh, moin. Oh, ich bin hier. Haben wir sie? Nein, da ist noch einer. Oh. Oh, wir können wir exekutieren. Oh. Yeah. Ja, da freut sie sich richtig. Oh nein. Oh nein. Oh. Mara. Trinity hat den Durchbruch geschafft. Wir können nicht... Scheiße. Scheiße. Neues Basislager entdeckt. Okay. Überall, überall brennt und explodiert alles. Aber nein. Wir lassen uns nicht unterkriegen. So. Wir werden hier ganz gemütlich. Zack. Und... Ja. Vorstein, würde ich sagen. Wollen wir mal einfach auf den Pfeil gehen. Boah. Reicht das? Reicht das? Reicht doch nie im Leben. Ja. Das passiert, wenn man nicht konzentriert bei der Sache ist. Okay. So, dann nochmal. Da hin einer. Und... Da unten hin einer. So. So kommen wir ran. Und so kommen wir da hoch. So. Dann nochmal den Pfeil da hin. Und dann kommen wir so ran. Einmal hier rüber. Hörtlich fester. Jetzt werden wir ja auch noch wieder geschossen. So war mir auch keine Ruhe. So. Mal einmal hoch. Alles klar. Pfeil. Da mal ran. So. Der Versprung hilft. So. Dann ein Indiana Jones Move. So. Okay. Kommen wir hier hoch? Nein. Wir müssen rüber. Für vollstütze gut Krieg. Das ist doch schon mal super. Oh. Du hattest ja nur knapp verfehlt. Alles klar. Lara. Komm schon. Wir glauben an dich. Okay. Rüber. Das können wir. So. Wir laufen einfach mal. Und festhalten. Nochmal festhalten. Wo müssen wir hin? Ich glaube nach links. Ja. Okay. Alles klar. Hier kommen wir hoch. So. Gut. Einmal festhalten. Feiglättern. Schießen wir. Neue Autos rein. Also. Da. Alles klar. Feiglättern. Gut. Ähm. Zack. 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 Das mal reicht. Ich bin gespannt. Jo. Das reicht. Zack. Alter. Dann sind wir auch schon hier. Dann einmal so. Alter. Okay. Dann mit einem langen Pfeil. Langen Seile. Schön. Das Tor ist und bleibt zu. Hier kommen wir auch nicht weiter. Wo will er uns hin haben? Wo? Verdammt. Machen wir auch nicht so. Ich hasse. Musst du viel besser. Aber warte hier. Okay. Zack. Und zack. So. Dann nochmal ein Doppelsprung. Und. Mit dem letzten. Kommt wir auch noch ganz so. Oh. Sind wir. Sind wir hoch? Sind wir durch? Haben wir es geschafft? Ja. Ideale. Wird die Verrückte feiern, ne? Als ob es kein Morgen gibt. So. Und wieder rüber. Oh ja. Abgezogen. Wollen wir nicht das doofe Kletter machen? So lange können. Oh Basislager. Cool. Bestellig der Turm. Sehr gut. Wir setzen uns mal kurz hin. Hat sie was zu sagen? Nein. Hat sie nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen. Geht's gleich weiter. Und zwar hier lang. Erreichen sie die Spitze des Turms. Das werden wir. Ja. Das tun wir. Ähm. Ähm. Oh nein. Nein, 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 nein. Ähm. So. Oh Gott. Oh Gott. Die Steine fahren noch alle runter. Seht ihr das? Jetzt aber. Komm schon. Ja. Die ganzen Krieger. Schön. So, du hast es bald geschafft, Laura. Oh Gott. Oh Gott. Die klemmen hier alle. Okay. Wir müssen uns beeilen. Ich kann keine Waffe ziehen. Ich kann die nicht abknallen. Oh doch. Doch, ich kann sie abknallen. Alter. Alter. Das ist so. Okay. Okay. Wann jetzt hoch mit uns. Okay. Der Weg ist versperrt. Wir müssen hier lang. Wir hören die Schüsse. Alter. Das sind wieder die Unstärklichen. Okay. Haben die jetzt die Waffen? Nein. Das sind wahrscheinlich die Soldaten. Ja. Das sind die Soldaten. Alles klar. Aber die unterstützen uns hier. Wissen. Die halten uns so unsterblich. Wie auf die Unsterblichen. Wie auf die Unsterblichen von... ...den Ballermännern. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alter. Das ging ja nochmal gar nicht so gut. Okay. Die letzten Meter. Alter. Dieser Turm versteht doch schon fast gar nicht mehr. Lara. Du musst dich beeilen. Komm. Doppelsprung. Festhalten. Alter. Lara. Was machst du denn? Ja. Komm schon. Okay. Dann musst du festhalten. Nein. Und jetzt? Kommst du hoch. Okay. Alles klar. Nein. Nein. Komm schon. Takt. Takt. Komm schon. Schieß. 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 Aber gerade so geschafft. Und hier das fette Gemetzel. Da geht jemand. Erna. 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 Alter. Was ist denn hier für ein Krieg? Lara. Entdeckung. Sophia. Wo bist du? No. Oh. 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 Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020